Oh mein Gott, diese Siegerehrung, Siegerehrung, Siegerehrung! Scheiße, nein! Master Builders ist absolut scheiße, Mann! Meins war das Beste hier! Ja, Leute! Alles genau, und jetzt kommt zu einer neuen Folge, mein Gott! Master Builders! Wow! Ja, also es kam jetzt eigentlich so gut und gerne vier, fünf Wochen kein Master Builders. Aber Leute, wenn ihr mehr Master Builders sehen wollt, und ich weiß, ihr feiert Master Builders übertrieben. Ich lasse auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, checkt die gestrige Folge ab, das war nämlich mein erstes Troll Wars Video. Hat auf jeden Fall mega Bock gemacht, und ich würde sagen, wir starten jetzt mal durch. Ja, heute ist ja irgendwie so ein komischer Feiertag, also ich bin ja nicht so involviert, ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr wisst, welcher Feiertag heute ist. Also ich weiß es auch, das ist nur ein Test an euch, und ich laber zu viel. Okay, Server 2 bin ich drin, und Leute, ich schwöre, wenn heute wieder so Sachen passieren, dass ich einfach auf dem letzten Platz lande, obwohl ich echt was Gutes gebaut habe für meine Verhältnisse, dann ist echt vorbei. Lass dich überraschen! Ach ja, und by the way, ich habe auch meinen geilen, freshen, sneaky, Baumholzfreund suchenden Skin dabei. Also Leute, wenn ihr euch auch so ein cooles Freundschaftsarmband reinmacht, dann wisst ihr Bescheid, Ananas an die Macht und so weiter. Oh, okay, ich hoffe, wir bekommen jetzt nicht so ein richtiges Abfuckthema, weil, ja, ich bin ja eh nicht so gut, aber okay. Yes, oh, Feier. Okay, wir müssen jetzt Ohren bauen. What the fuck? Okay, Leute, wie baut man Ohren? Ich brauche irgendwann, also zuallererst brauche ich irgendwie Hautfarbe. Gibt es hier Hautfarbe? Scheiß gibt es hier, Mann, wo f*** ich sie? Ja, wie mache ich das jetzt? Ich meine, niemand hat kackbraune Ohren, oder? Ach, scheiße! So, dann gebt mir mal hier schon ein bisschen Glas, Stasch da, wunderbar. Ja, Leute, mal ganz ehrlich, was soll ich denn hier auch für... Okay. Am besten sieht halt noch Holz aus, aber niemand hat so holzige Ohren. Ich meine, die sind ja keine Holzköpfe, ne? Ja. Ja, wie sieht denn so ein scheiß Ohr aus, Mann? Das ist ein Herz und kein Ohr, verdammte Axt, Mann. Jetzt reicht es aber langsam hier. Aber ich glaube, ich habe sogar echt eine Idee. Und zwar mache ich das so, dass wenn man von oben reinguckt, dass sozusagen die ins Ohr reingeht. Wisst ihr? Und ja, die Idee ist gut, ich weiß. Ja, drei Minuten noch, da sind wir doch dabei. Ja, moin. Au weia. Ja, bislang noch nicht so was zu erkennen hier. Ja, sieht halt scheiße aus, ne? Ja. Leute, ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll, ne? Ich habe halt echt keinen Plan, Leute. Das wird halt hier absolut nicht. Ich reiße das alles wieder ab, weil... Ich schreibe jetzt hier überall einfach meine Hashtags hin und dann hat sich die Sache. Warte mal. Hashtag Ananas an die Macht. Style Army. Style... Style Smile. Wunderbar. Was denn da bist? Eins und eins. Leute, schreibt jetzt mal bitte in die Kommentare, was fällt euch zu Ohren ein. Also, ja. Nix. Nix. Ja, verdammte Axt, Alter. Da wird doch jetzt hier aber echt mal... Wisst ihr was? Ich versuche jetzt hier wenigstens noch irgendwie sowas. Oha. Ja, jetzt brauche ich eine Stufe. Tada. Oh Mann, das sieht so kack aus. Aber hey, ich habe wenigstens etwas. Ey, komm, ich will jetzt wenigstens noch diese Reihe hier fertig machen, sonst wird... Das wird verdammt eng. 17 Sekunden. Easy. Ja, ist doch schick. Ist doch top. Also, wenn ich da nicht den ersten Platz mache, dann weiß ich auch nicht. Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott. Leute, nein. Ihr könnt jetzt hier nicht rot geben. Nein. Was? Unglaublich hier. Wo hat er diese geile Farbe gefunden? Hä? Das sieht ja voll Hautfarben aus und ich voll Idiot habe hier nur was. Ja, da muss ich halt ein Gut geben, ne? Ähm... Nee. Hä, was ist das? Okay, irgendwie... Danke. Danke. Jana und Laura. Okay, was haben wir hier? Was sind das für Partikel? Leute, kommen bei mir irgendwelche Partikel aus dem Ohr? Ja, wo sind wir denn hier? Einfach das für eine Community, weißt du? Und das überlebt dann hier ein bisschen, weißt du? Aber was ist das hier unten, Mann? Ach, Hasenohren. Ah. Ja. Also, bei mir ist es auch öfter so, dass das Ohr halt einfach gut und gerne von der Decke hängt. Ja. Jo, wahrscheinlich fliegt es nicht in die Luft, oder? Okay. Wow. Everything is awesome. Ich sehe es schon, komm. Dieses Video ist für Nutzer unter 15 Jahren nicht geeignet. Ja. Ey, aber Leute, so schlecht war ich gar nicht. Also jetzt mal ernsthaft. Leute, warum bauen die alle einen F***? Ich muss das alles zensieren hier. Danke. Er wurde reported. Oh mein Gott. Ich bin letzter. Ja, moin. Geil. Live Go Reach. Da sind wir dabei. Ja. Woran hat es gelegen? Passt nicht immer. Leute, ich muss mal kurz was holen. Ah. So. Zack, easy. Jo, Leute. Jetzt geht es aber richtig ab, würde ich mal meinen, ne? Oh mein Gott, Leute. Mir ist gerade so was krasses eingefallen. Ich habe, ich habe, jetzt muss ich lieber abnehmen. Ich habe unten noch so eine richtig alte Eskimo-Mütze, sage ich mal. So eine richtig alte Inuit-Mütze. Wenn ihr wollt, dass ich ein ganzes Masterbild, das Video, diese Mütze trage, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt es in die Kommentare. Wenn du reingeguckt hast, musst du jetzt einen Daumen nach unten geben. Obwohl, nee, das ist ja dumm. Das ist ja... Nein, vergesst das. Vergesst das. Aus. Regie. Cut. So, jetzt bin ich auch wieder cool und gewinne die Runde jetzt. Wahrscheinlich bin ich der Einzige in der Runde, oder? Niemand will mit mir spielen. Ja, Leute, es ist jetzt noch ziemlich früh am Morgen, deswegen bin ich noch ziemlich aufgedreht. Man kennt ihn, man kennt ihn. Okay, Leute, ich bin bereit für Platz 1. Oh, komm, schon, gib mal ein geiles Thema. Was ist denn das? Au, weia. Was ist ein Fountain, Mann? Ein Springbrunnen. Gamer in this time. Vielen Dank. Vielen, 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 vielen Dank. Grüße gehen raus. Ohne dich wäre ich jetzt verloren. Okay, ich bin auch so verloren, aber Grüße gehen raus an diesen Player. Richtig, richtig sozial. Echt sozial. Okay, wie baue ich jetzt einen verdammten Springbrunnen? Das ist halt jetzt die Frage der Fragen, ne? Ist ein Springbrunnen jetzt ein Brunnen, wo das Wasser raussprenkelt, oder nicht? Ähm, okay, ich glaube, ich brauche erst mal... Wasser. Nein. Und dann brauche ich noch irgendwas Brunnenmäßiges, deswegen hole ich mir jetzt Brunnenmäßiges. Ohne, ein Springbrunnen ist doch eher so Quarz, oder? Okay, jetzt bin ich aber leicht überfordert hier. Da schmisch ich jetzt aber mal ganz ehrlich sagen hier. Mann, wo haben wir denn hier Quarz? Da haben wir Quarz. Ne, den will ich nicht, den will ich. Na, Mann. Okay, wir machen uns jetzt erst mal hier eins, zwei, drei, vier. Die bauen wir höher. Oh, Leute, das nimmt richtig Form an hier. Also ich muss sagen, ich könnte echt, also wenn es eine ESL für Master Builders geben würde, ich wäre dabei, Alter. Zwar nicht lange, aber ich wäre dabei. So, dann machen wir hier jetzt mal außenrum diese Begrenzung. Ey, das ist geil, Mann. Das ist richtig schick, das hätte ich gar nicht gedacht. Okay, ich mache das jetzt so, dass ich hier drinnen... ...mache ich so eine Viererschicht und dann kommt jetzt hier nämlich Wasser rein. So, und das Wasser... Nein, mach doch nicht den. Fuck, überschwemm... Keiner. Okay, wenn das da runterläuft, so kommt es da an, dann muss ich hier... Um Gottes Willen, ich habe keine Ahnung, Mann. Okay, Leute, okay, okay, okay. Oh, Leute, das sieht so geil aus. Also wenn das jetzt nicht auf dem ersten Platz landen sollte, dann weiß ich auch nicht mehr weiter, Leute. Dann ist vorbei. Gut, aber wie mache ich das jetzt, ne? Mit der bunten Hake 5000. Das Wasser muss ja jeweils von hier runterfließen. Mein lieber Scholli, ist das geil. Jetzt kann man reingehen. Ja, geil. Ich mache die noch schnell weg. Zack. Nice. Also ich bin eigentlich mega zufrieden, Leute. Das heißt, die Sonnenbrille brauche ich jetzt auch nicht mehr. What the f***? Wollen die mich alle verarschen? Dann kreiere ich jetzt endlich mal ein geiles Weiße und dann kommen hier nur solche um die Ecke, ja. Der hat wenigstens auch so ein bisschen gedacht wie ich. Also, der muss einfach Teil der Hashtag Side Army sein. So, Leute, und völlig vergessen, natürlich keine Socken an. Ich überlege halt wirklich mir einfach mal eine Ananas hier mit hinzustellen und dann ab und zu so ein paar Ananas-Jokes zu machen. Ja, viele haben so gedacht wie ich, muss ich sagen. Ich gebe deswegen mal ein, ähm, gut. Ne, meins ist besser, ich gebe mit zu Kay. Ist das meins? Kann das meins sein? Okay, ich schreibe jetzt mal nichts in den Chat. Ich will eine objektive Meinung von den anderen hier, ne? Oh, shit, Alter. Okay, ich habe ein paar von diesen Amazing-Dingern gesehen. Wenn das jetzt hier eskalieren sollte, Leute, dann, Alter. Okay, das ist ein wenig besonders. Was? Oh, man, ich will jetzt hier zum Sieger-Ehrung. Oh, shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Ja, das ist halt fast so gut wie meins. Deswegen gebe ich mal ein Good. Äh. Ach, ja, was ich noch fragen wollte, Leute. Soll ich unter der Woche, ich habe jetzt Ferien. Also, Leute, hier im Norden hat man halt hier Ferien. Ja. Soll ich in den Ferien einfach mal streamen? Also, ich könnte jetzt hier jeden Tag easy in den Stream raushauen, Leute. Und, ähm, ich bin nicht mehr Erster. Ja, geil. Ja, aber der hat halt hier noch die Natur so ein bisschen gemacht, ne? Das, ja, das muss man ihm gut halten. Ich gebe mal ein Good. Och, Mann, ich wollte nur einmal gewinnen. Ja, ich brauche gar nicht weiterspielen, weil der war halt eben viel zu krass. Okay, das ist, ja, da muss ich sagen, ist meins besser. Da ist meins besser, Leute. Da muss ich sagen, da gebe ich mal ein... Obwohl es ist halt, die Partikel sind cool. Ich gebe mit, okay. Ich weiß immer nicht, wie ich mich entscheiden soll, Leute, Mann. Also, kritisiert nicht meine Bewertungsdinger hier, ja? Ich habe eh keine Ahnung. Oh, Mann, ich will zur Siegerehrung. Oh, mein Gott, Siegerehrung, Siegerehrung, Siegerehrung. Scheiße, nein! Masterbilder ist absolut scheiße, Mann. Meins war das Beste hier. Oh, Mann. Nee, Spaß, Leute. Ich bin natürlich trotzdem froh, dass ich jetzt hier den zweiten Platz gemacht habe. Mit einem Gebilde, was sogar einigermaßen gut aussah. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung zu den Gebauten in die Kommentare. Und ich würde sagen, Ab-Moderation. Ja, Mann, ey, darfst du es mit dieser Folge? Meinschaft Masterbilder. Ich hoffe natürlich zutiefst, dass es euch gefallen, Leute. Wenn es so ist, würde ich nicht mehr über einen Daumen nach oben freuen. Nicht vergesst, das gestrige Video abzuchecken. Das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Genauso wie am Ende oder oben in der Ecke. Wenn du neu bist, unbedingt abonnieren würde ich dazu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein und ciao! Gut. Gut. Vielen Dank.